Heute möchte ich euch eine Collage zeigen, die ich erstellt habe. Ich habe mich hier für das Thema 80er Jahre entschieden. Wie findet ihr es? Schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch gefällt. Schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch gefällt. Schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch gefällt.